Moin, Servus Leute, was geht ab, was geht denn ab bei diesem wunderschönen Wetter? Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's prima für meine Wenigkeit, darf man glaube ich auch mal sagen. Heute geht es darum, diese kleinen Birnen hier in meine Deutschlands Most Hated Scheinwerfer einzubauen. Das sind ja Halogen, habe ich von Xenon zurück gewechselt, ich würde mal sagen, nach dem Intro geht's los! Digga, besser kann's nicht laufen, 500 Esglas vorm Ausfüll nur 1000, Digga, besser kann's nicht laufen, eins wird gelenkt, Seiten auf Null, verbessert rechte Infektivität durch. Freunde, angekommen in der Halle, ihr hattet ja im letzten Video gesehen, wie ich von Xenon auf Halogen umgebaut habe. Das Ganze ist natürlich nicht ganz glücklich aus zwei folgenden Punkten. Zum einen haben Xenon Scheinwerfer natürlich ein viel helleres Bild, was optisch erstmal besser aussieht. Also die Scheinwerfer sind weißer, beziehungsweise das Licht, was rauskommt, und sie sind auch ein bisschen stärker als Halogen. Ich habe jetzt in diesem Fall hier H9-Birnen drin, die sind von der Größe her auch nicht die größten Halogen-Birnen, die es gibt. Zum anderen Leuchtkraft natürlich auch, dass die Straße gut ausgeleuchtet wird. In meinem Fall hatte ich jetzt extrem alte Xenon drin, also die Birnen waren neu, aber die Scheinwerfer waren halt schon leicht angelaufen und so. War nicht das beste Bild. Ich muss wirklich sagen, dass sich das Lichtbild derzeit verbessert hat mit Halogen, aber die Leuchtfarbe ist mir deutlich zu warm. Deswegen habe ich mir jetzt hier auf Empfehlung, keine Werbung, Diamond Vision besorgt. Wurde mir von einem von euch zugeschickt, dass das wohl die Besten sein sollen. Hier steht komischerweise drauf, Xenon Gas Technology, was schon mal nicht sein kann, weil es sind Halogen-Birnen. Hier steht auch Halogen-Birnen. So, bin ich mal gespannt. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man so eine Halogen-Birnen hat, dann kommt halt immer ein recht warmes Licht raus. Und mit diesem Blau filtert man halt quasi das warme Licht raus und es wird optisch weißer. Ich werde jetzt einmal den Vergleich durchführen, dass ich einmal diese Birnen einsetzen werde, gucken werde, wie die von der Temperatur her sind. Ich denke mal, die werden schön kalt sein. Ich werde erstmal die eine Seite original lassen, damit man den direkten Vergleich hat. Und zusätzlich steht draußen Icos M11500, welcher noch Xenon-Steinwerfer hat, die auch weißer sind. Und da werde ich auch nochmal einen Vergleich zu machen. So, fangen wir an. Alter, ist die Bude warm. Okay, guck mal ein bisschen her. Man sieht jetzt wahrscheinlich gar nichts, deswegen werde ich das hier einfach mal mit der Hand öffnen. Ist ja ganz einfach, Gott sei Dank bei allen Scheinwerfern, dass man da ganz easy rankommt. Dann haben wir da noch so ein Clip an der Lampe. Hier drauf. Ab, drehen, zack, ist die Lampe raus. So einfach geht das. Was ich zu den Diamond Vision noch sagen muss, die haben ein E-Prüfzeichen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das ist immer ganz wichtig, dass man sowas hat. Und hier hatte ich jetzt original Mishiba Taiwan H9 drin. Ich sehe, achso, doch, sogar mit E-Prüfzeichen. Die kommen jetzt raus und die hier rein. Was noch sehr viele Leute gefragt haben, sind zwei Punkte. Warum ich nicht wieder Xenon-Brenner reinsetze. Das ist, weil ich halt schon Xenon-Wischanlage habe und so. Das ist nicht ganz so einfach, weil Xenon-Brenner halt auch entsprechende Streuscheiben im Scheinwerfer haben. Und wenn ich jetzt hier einfach auf die Halogen-Streuscheiben Xenon-Brenner raufmachen würde, dann würde ich alles blenden. Also das ist auch nicht cool. Also das ist verkehrsgefährdend und habe ich keine Lust drauf. Das habe ich mir gleich da vorgestellt hier. Das ist ja gar nicht geil, weil die Dinger sind abgewinkelt. Deswegen kommt man, ich glaube, man muss erst den Stecker drauf machen. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass ich hier das Blau einfach abkratze. Andere Frage war noch, warum keine LEDs verbauen. Das hat zwei Gründe. Bei LED haben wir zusätzlich das Problem, genauso wie Xenon, dass es nicht legal ist, weil die Streuscheibe eine andere ist. Und zusätzlich habe ich schon in meinem Vorstrafenregister einen Eintrag. Ich wurde schon mal mit Halogen-Scheinwerfern hochgenommen, wo LEDs drin sind. Die habe ich dann natürlich umgebaut. Zurück, so sieht so ein LED-Ding aus. Das sind so zwei große Dioden und ein schöner Ventilator, der das Ganze befeuert. Wenn man sich die jetzt hinten in den Scheinwerfer einsetzen würde, guckt ein Polizist einmal rein, sieht direkt hier den Ventilator und weiß, was los ist. Alternativ kann man natürlich welche ohne Ventilator, ich glaube, das sind sogar H9, einsetzen. Die haben dann aber nicht so eine gute Leuchtkraft. Und wenn man die jetzt in die Nebelscheinwerfer einsetzen würde, hier sieht man die originale Halogen-Lampe, dann sieht man das auch direkt von außen. Deswegen nehme ich von sowas in Zukunft auch Abstand, versuche jetzt hier mit den Diamond Visions ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dennoch, der Vollständigkeit halber, habe ich jetzt gerade beschlossen, dass ich gleich den nochmal zum Vergleich reinsetze, weil mit denen war ich in halogenen Scheinwerfern mehr als zufrieden. Also den werde ich einmal kurz hier gleich reinlegen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Bild der Diamond Vision an, im Vergleich zu den Originalen. Dann musst du hier einmal rumkommen. Ja, man sieht jetzt direkt schon, das Licht ist nicht so warm wie in den Originalen, allerdings hat es einen ganz massiven Blaustich. Auch wenn du hier rum mal filmst, hier auf die Wand, sieht man das auf der Kamera, dass das so leicht bläulich ist? Ja, auf der Kamera sieht es tatsächlich, also man hat einen leichten Blaustich, ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Jetzt gerade bin ich nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bereue ich es auch ein bisschen, dass da jetzt Halogenscheinwerfer drin sind. Ich würde halt zu gerne wirklich LEDs reinsetzen, einfach weil es meiner Meinung nach gut aussieht und die auch drin behalten. Aber mache ich natürlich nicht. Ich weiß, wie viele Polizisten bei euch in der Kommentarzeile unterwegs sind. Dennoch, der Vollständigkeit halber, haue ich jetzt nochmal LEDs hier in den rein. Das wird jetzt natürlich alles hier nicht passen vom Sockel her, weil das glaube ich auch Sockel H1 ist oder sowas. Es gibt ja immer verschiedene Sockel bei solchen Anbietern. So, hier haben wir den zweiten. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die in den Stecker bekomme. Natürlich wird FUSCH jetzt auch nochmal ganz groß geschrieben. Der Stecker passt natürlich auch nicht. Wer hätte es gedacht. Deswegen mache ich mir jetzt einfach mal kurz zwei Kabel, die ich mit an die Batterie ranhänge. Jetzt bin ich natürlich auf der völlig falschen Seite hier auch. Ach, es ist ja zu herrlich. Jetzt gleich gibt es hier bestimmt einen schönen Kurzschluss. Wenn ich den jetzt hier ranlege, mal gucken, ob der jetzt... Ich muss direkt reingucken. Ja, achso, ich habe den falschen in der Hand gehalten. Ja, okay. Wir haben Strom auf jeden Fall. Dann stelle ich nochmal so, dass man beide Scheinwerfer sieht. Und das wäre letztendlich jetzt das Ergebnis, wenn man sich LED einbauen würde. Hä? Oh, ich habe ihn falsch gesteckt. Ja gut, ich muss ihn jetzt mit der Hand festhalten. Ich hoffe, er wird nicht zu heiß. Aber das Ergebnis ist, glaube ich, deutlich krasser, ne? LED-Vergleich zu den Halloween-Nafis-Dinger. Ich kann es jetzt nicht sehen. Was denn? Da leuchtet nichts. Wieso leuchtet da nichts? Wo ist denn LED jetzt denn? Da. Da auch nichts zu sehen. Ah! Jetzt leuchtet was? Ja. Wow, viel schöner. LED ist besser, ne? Objektiv betrachtet ist es viel schöner. Ich würde es gerne auch gerade sehen, aber... Mach mal. Ich glaube, ihr habt alle das Ergebnis gesehen. Ich, ganz ehrlich, persönlich kann ich euch raten, wenn ihr euer Halogen-Bild aufhübschen wollt. Die Dinger sind echt top. Ich werde es nicht verbauen, wie gesagt, aber ich hatte bisher gute Erfahrungen gemacht. Das Einzige, was man beachten sollte, ist, wenn man hier diese Dinger nicht hat, dann sieht die Polizei das leider sehr schnell, dass man LED drin hat, weil sie sich denken können, okay, altes Auto hat keine Zenon-Reiniger-Funktion. Also, da wird LED oder illegales Zenon verbaut sein. Wie gesagt, ich mache jetzt hier weiter mit Diamond Vision und dann sehen wir uns gleich im Vergleich, im direkten Vergleich zum Zenon. So, es ist jetzt auch ansatzweise dunkel geworden. Das heißt, ich kann hier mal direkt anhauen und das Ergebnis zeigen. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier oben, die Stripes sind ja weißes LED und hier unten, genau, Halogen. Ich blende euch jetzt nochmal zusätzlich das Xenon, ich weiß, ihr mögt den Namen so gerne, Xenon-Licht von Aiko ein. Ich gehe mal so rum um den Scheinwerfer. Alles, was man jetzt hier auf der Kamera sieht, ist natürlich ziemlich weiß. Ich muss aber wirklich sagen, man sieht noch ein bisschen die Wärme vom Halogen und dass es auch leicht bläulich ist, insbesondere im Dreck des Scheinwerfers sieht man das. Ich muss aber sagen, im Groben und Ganzen bin ich echt zufrieden. Also, die Halogen-Optik ist größtenteils verschwunden. Hier haben wir es jetzt nochmal. Es wird natürlich nie so schön schneeweiß sein wie Halogen, aber ich habe mich gerade versprochen, es wird natürlich nie so schön schneeweiß sein wie LED. Ich bin auch immer der Meinung, ein guter Xenon-Scheinwerfer versucht an LED ranzukommen, an die schöne weiße, an die Ausstrahlung. Also, ich werde euch definitiv auf den Laufenden halten, was das Lichtbild an sich angeht, wenn ich ein bisschen rumfahre. Das sieht aber jetzt größtenteils nicht so aus, als hätte ich großartige Lichteinbußen. Schreibt mir gerne eure Meinung über dieses ganze kontroverse Thema in die Kommentare. Ich habe ja schon von beiden Lagern, sage ich mal, gehört, sehr viele Kommentare pro und kontra Xenon. Vielen Dank fürs Gucken des Videos, lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.